Wusstet ihr das schon zum Film Thor Love and Thunder? Der Thor-Darsteller Chris Hemsworth aß während den Dreharbeiten mehrere Tage kein Fleisch. Der Grund dafür, die Chain-Darstellerin Natalie Portman ist seit Jahren überzeugte Vegetarierin. Und damit sie sich bei der Kussszene von den beiden nicht unwohl fühlt, hat er einfach auf Fleisch verzichtet. Für ihn ist das tatsächlich eine relativ große Sache. Denn um seine muskulöse Form zu halten, isst Chris Hemsworth eigentlich sehr, sehr viel Fleisch.